Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steam Demo Samstag. Diesmal geht es um das Spiel Rogue Shooter in den Optionen. Das ist ziemlich dürftig, was wieder hier die Musik angeht, der kann man nichts leider stellen. Deswegen teste ich jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm, genannt Open Broadcaster. Da kann ich den System Sound leiser machen. Und ich muss das hier als S-Top aufnehmen, da das Spiel nicht erkannt wird. Auch von anderen Aufnahmeprogrammen übrigens nicht, denn ich habe das schon mal mit dem Shadowplay aufgenommen und das funktionierte gar nicht. Und hier sieht man, ich kann hier Fullscreen machen, wie klein das Bild dann ist. Ich kann Double Fullscreen und ich kann auch Stretched machen. Also die Optionen sind hier ziemlich seltsam. Aber naja. Und da ich das schon mal aufgenommen habe und der Ton absolut nicht ging, da ich viel zu leise bin, das Mikro wird zu leise aufgenommen. Die Musik war extrem laut. Jetzt ein anderes und das Tutorial habe ich schon durchgespielt und auch das Spiel eigentlich die Demo. Tutorial machen wir jetzt nicht nochmal, obwohl ziemlich lustig war. Aber das ist ein Blöding, wenn wir das jetzt nochmal machen. Ähm. Da konnte man am Ende sein Diplom... Ach, wie meint das das doch noch? Da, das meine ich da, diese Figur. Willkommen in der Rock School. Yay. Das kennen wir alle schon. The most dangerous place in the galaxy. Das ist schon lustig animiert. Meet me in the gym. Okay. Ähm. Da kriegt man Armor. Wir haben aufheben. Menü ist hier. Da kann man hier per Drag and Drop alles hin und rausziehen und so. Da kommt schon ein Feind. Ein Liebesroboter. Wuglikes. Blablabla. Geht mal wieder raus. Da kommt der Liebesroboter. Zeig mal, was der macht. Der umarmt einen. Na, komm. Und dann hängt der hier. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Back with you. So. Und da ist das Gym. Yeah. Ja. Wir kriegen nicht mehr. Ist klar. Nein. Wir wollen eine plus zwei Shotgun. Je mehr plus, desto besser. Also ich finde es schon ganz süß animiert. Die Grafik ist natürlich jetzt nicht Bombe. Hier haben wir die plus zwei Pump Shotgun. Sehen wir mal aus. Oh no. Affection Robots. Stopp sie, bevor sie uns alle umarmen. Nicht schlecht. Und noch mehr Goodies zum Spielen. Naja. Die Sache werden wir eh nicht behalten. Gehen wir mal aus. Und wir kommen jetzt. Ähm. Kein Roboter. Okay. Ach, da ist einer. Ich weg mit dir. Wir gehen mal gleich zum Exit. Das andere sind nur Erklärungen. Und da. Wir kriegen unser Diplomen. Diplomen. Guck. Diplomen. Diplomen. Und dann können wir hier Startmission. Wir machen mal. Auch lustig hier. Easy Core. Hardcore. Harder Core. Und da wollen wir ein bisschen Sachen sammeln. Ah, Hardcore ist nicht available. Okay. Machen wir Easy Core. Erstmal war ich Soldier. Ähm. Machen wir mal den Prisoner. Schnelle Finger. Das hier fand ich ziemlich praktisch. Jetzt habe ich zwei Sachen integrieren können. Okay. Das war gar nicht nur eins. Jetzt sind wir erstmal in der Lobby. Und können chillen. Wir sind wo wir gelandet. Items haben wir nur eins. Damage erhöht. Na gut. Gehen wir mal raus. Und dann landen wir. Hier. Um irgendwelche Feinde zu sehen. Nein. Da. Ähm. Wieso? Ich habe keine Waffe. Ähm. Bin raus. Ah. Man hat als Dings also keine Waffe als Prisoner. Das ist ja interessant. Können wir die nur wegtreten? Ähm. Nein. Aber wir. Gingen so ein bisschen vor beim wegtreten. Das ist doch nicht schlecht. Aua. Der hat uns gehauen. Wo denn? Gott. Den habe ich nicht gesehen. Wo? Sag mal. Die schwecken sich von hinten an die Viecher. Was ist mit der? Was ist mit der? Gute Krabbe. Da ist noch irgendwo ein Feind. Aha. Hier kommt er doch nicht. Noch ein Feind irgendwo. Gehen wir da lang. Da. Und weg. Wir sind ziemlich verletzt. Und wir haben endlich eine Waffe. Das ist ja echt übel ohne Waffe. Wir haben kein Medikit. Kacke. Ach. Ich kann mich bewegen, während ich im Dings bin. Okay. Das wusste ich noch nicht. Äh. Hier wird nichts mehr sein. Aber Exit können wir auch noch nicht benutzen. Da ist noch irgendwo ein Feind rumlungen. Da. Jetzt sind alle weg. Da hinten ist noch ein Item. Und da drüben. Auch noch. Alter. Geh. Und die Wand weg. Okay. Und. Äh. Nein. Hier. Ah. Bisschen Futter. Okay. Jetzt können wir auch hier Exit. Auch nicht zur Tür hin. Alien Life Forms. Yay. Autsch. Das ist ja der Nachteil bei dem Grenade Launcher. Der macht uns auch Schaden. Dann kommt was rein. Da lief was. Dreht um. Und tot. Ich komme mich nicht so weit zu bewegen, weil da wieder eine Wand war. Gut. Der ist weg. Der auch. Das ist immer nachladen, ne? Ja, natürlich sollst du das Medikit aufheben. Halten wir uns gleich mal. Sehr schön. Sehr schön. Wieder auf 80%. Nein. Boah. Ja. Autsch. Sehr gut. Und. Achso. Okay. Da sehe ich nix. Hallo. Da läuft ein Zombie. Den treten wir mal um. Den haben wir auch umgetreten. Hallo, Zombie. Wir haben ein Level ab. Auch nicht schlecht. So, da waren wir schon. Da hinten liegen Sachen. Der Handy macht eklige Geräusche. Da. Ausgemacht hier. Nein. Nein. Keine Feinde. Moment. Ach, da oben steht ja auch. Wir haben keine Feinde mehr. Da. Wir haben endlich eine neue Waffe. Jung. Gut. Exit Floor. Manche hat ja alles eingesammelt. Das Observation Deck. Mal gucken. Da kommen gleich Feinde. Na, das mag ich doch relativ. Da müsste gleich was kommen. Da. Und da. Wir können auch hier kombinieren. Die zwei Sachen. Dann haben wir was Neues gebastelt. Und wir werden angegriffen. Nein. Alter. Das war ein Stun-Granade. Äh, nun haben wir nicht mehr. Das machen Feinde. Oh, ich mag die Waffe. Wir haben noch eine neue Waffe. Probieren wir die mal aus. Wird die auch sehen. Damit stößt man zu und schießt dann. Da bin ich gespannt. Wir werden umzingelt. Ich gehe mal lieber dort entlang. okay. Ups. Oh Gott. Nachladen hier. Ist ja ganz nett, aber ich glaube, die anderen filmen besser. Da sind schon alle der Hut. Können wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Ein bisschen was aufdecken. Einsammeln. Wir haben Tools bekommen. Mit den Tools kann man die Sachen reparieren, aber nur in dem Safe Room. Da ist noch was. Credits. Lenden machen wir auch noch nicht. Also Easy Core ist wirklich leicht, wie man sieht. Das würde es ja auch nicht so heißen. Okay. Gehen wir mal. In den Safe Room. Da sind wir schon. Hier kann man dann Sachen reparieren an der Werkbank. Man sieht, das ist schon kaputt gegangen. Man braucht immer ein Tool. Auch die Waffen muss man reparieren. Wir haben noch Tools. Okay. Die Waffe können wir anscheinend nicht reparieren. Achso, wegen seltenes Item. Okay. Guts brauchen wir nicht. Hier noch. So. Was man noch machen kann, ist hier hacken. Das finde ich aber zu doof zu. Autsch. Seht ihr. Ich bin echt zu doof zu zu. Hier können wir dann Ammo und Health kaufen. Aber im Prinzip brauchen wir hier gar nichts mehr machen, weil die Demo ist hier zu Ende. Und das war kurz. Wir hatten eine schöne Zeit, aber ich glaube, das Spiel ist vorbei. Außer du kaufst die Vollversion. Ich wundere mich, was das da oben tut. Ja, was das wohl macht. So. Ich weiß nicht, was mein Maul ist. Aha. Harder Chor. Hardest Chor. Das ist wohl Hall of Fame sozusagen. Und dann war es das Job schon wieder. Wir sehen uns gleich in der nächsten Demo. Tschüüüüüüü. Untertitelung des ZDF für funk, 2017